Ja, Sie sehen es schon hier auf der Folie. Das Thema wird heute sein, automatische Theorenbeweiser. Und ja, die Grundlagen, die haben wir ja eigentlich gelegt. Prädikatenlogik erster Stufe heißt das Thema. Und die Prädikatenlogik erster Stufe, das ist ja die Sprache, naja, zum einen ist es eine komfortable Sprache, mit der wir ziemlich viel ausdrücken können. Wir können Relationen formal formulieren. Wir haben Quantoren, das heißt, wir können eben über Mengen von Objekten reden. Und ja, wir werden jetzt zum einen, wenn wir heute sehen, was wir machen können mit PL1. Also wir können interessante Dinge formulieren, interessante Aussagen, die können wir auch beweisen. Ich werde Ihnen ein Beispiel zeigen aus der Software-Wiederverwendung, was wir da machen können mit PL1. Ich werde Ihnen außerdem ein Beispiel zeigen, ein ganz einfaches aus der Mathematik, wie wir automatisch Sätze beweisen können. Und wenn wir das alles gemacht haben, dann werden wir uns noch die Grenzen anschauen, nämlich was geht nicht mehr. Okay, gut, also, wenn wir über Resolutionsbeweise reden, also über Maschinen, die Resolutionsbeweise führen können, dann führt kein Weg vorbei an Otter. Also, ja, 1984 wurde der quasi vorgestellt. Und zwar von diesen Herren, da steht, also, Kalman war das allererste Paper, und dann aber Larry Woes und Bill McEwan vom Argon National Laboratory in Chicago. Die haben über Jahrzehnte hinweg an dem Otter gearbeitet und den vorgestellt. Und da steht auch jetzt so ein Statement von denen. Und da steht drin, dass Forschung in abstrakter Algebra und formaler Logik das Hauptanwendungsgebiet von Otter ist. Gut, und dann hier weiter unten, endliche Halbgruppen, Ternäre-Bullsche-Algebern, Logik-Kalkuli, kombinatorische Logikgruppentheorie, Lattice-Theorie, das ist Gitter-Theorie, das ist ein relativ allgemeines Gebiet in der Algebra, und Algebraische Geometrie. Ja, gut, also, das heißt, zumindest in den frühen Jahren wurde Otter hauptsächlich angewendet, um so einfache Sätze aus der Mathematik zu beweisen. Okay, dann ein großer Konkurrent von Otter war CETEO, das steht für Sequential Theory Improver, 1987 von Letz et al. vorgestellt. Das ist ein deutsches Produkt von der TU München, in der Arbeitsgruppe von Wolfgang Bibel entwickelt. Also der Herr Bibel war seinerzeit nämlich in den 80er Jahren eine der Größen in der KI in Deutschland. Er hat tatsächlich den Begriff der KI in Deutschland ein Stück weit salonfähig gemacht, war einer von denen, die dieses Gebiet voranbrachten. Übrigens sehr interessant, also in den USA wurde der Begriff der KI 1956 von McCarthy und anderen geprägt, also 1956, ja. In Deutschland, an der TU München, war 1986, also 30 Jahre später, KI immer noch fast schon verpönt, muss man sagen. Ich habe ja 1987 in der Gruppe von Bibel an der TU angefangen zu arbeiten und, ähm, naja, der, der Bibel war ein Exot und der war gar nicht gemocht von seinen Kollegen an der TU in München. Und zwar, weil er offen diesen Begriff KI genannt hat. Und da gab es halt andere Informatiker, theoretische Informatiker, alte Ordinarien, denen das nicht so recht war, ja. Dass da jetzt einer kommt mit so einem total verrückten Begriff künstliche Intelligenz und so. Ähm, und der ist dann, ist auch interessant, der Bibel war wirklich einer, der was vorangebracht hat. Und, ähm, also als ich angefangen habe, da 1987 in der Arbeitsgruppe, ähm, ich war auch bei seinen Kollegen und die haben mich alle ziemlich arrogant rausgeschmissen. Was wollen denn Sie da als Physiker in der Informatik und so? Ähm, und der, bei der Bibel habe ich dann angefangen, da hat er gleich gesagt, ähm, ob ich, ah ne, das war ein halbes Jahr später oder so, ob ich denn nicht Lust hätte, äh, mit ihm nach Kanada zu gehen. Der hat nämlich dann, der hatte ja einen Ruf in Ulm an die Uni, ähm, und der Mann war weltberühmt. Ähm, und die haben ihm halt nicht genug geboten. Und dann ist er nach Kanada gegangen. Die Amerikaner, die sind da wesentlich freier und offener, weil es exzellente, äh, Forscher betrifft. Und viele, viele, äh, hochkarätige Forscher sind zu der Zeit auch heute noch dann nach USA gegangen, weil sie an den privaten Unis halt super Angebote kriegen. Und in Deutschland ist das ein ewiges bürokratisches Theater. Jedenfalls ist der Bibel dann weggegangen, ähm, und, äh, wir waren dann tatsächlich in der Arbeitsgruppe ohne Leiter. Wir haben uns dann selber geleitet. Und wir haben eben diesen CTO entwickelt und vor allem auch den Partheo, äh, 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 praktisch eine Implementierung von dem Theorienbeweiser auf Parallelrechner. Das war eines meiner, äh, Arbeitsgebiete. Ich habe auch meine Promotion in der Richtung dann gemacht. Okay, jedenfalls der CTO, der war, ja, das war ein harter Konkurrent vom Otter-Wahr-Vergleich. War gut, hat ein bisschen andere in Kalkül verwendet und so. Ähm, heute gibt es ihn leider nicht mehr. Der ist ausgestorben, aber es gibt den E-Profer, der aus der gleichen Arbeitsgruppe entstanden ist, Stefan Schulz, zu dem ich auch noch ganz guten Kontakt habe heute. Der hat den E-Profer entwickelt. Ähm, und da habe ich auch ein Statement von seiner Homepage. Und, äh, das lesen wir uns einfach mal gemeinsam durch. Also, ähm, na, Formeln in konjunktiver Normalform. That means, it is a program that you can stuff a mathematical specification in clausal logic with equality and a hypothesis into, also, eine Wissensbasis und eine Anfrage können wir reinstecken. Also, so wie das Bild, was wir da hatten. Ja, diese Maschine, Axiome rein und, äh, Behauptung rein. And which will then run forever, using up all of your machine's resources. Very occasionally it will find a proof for the hypothesis and tell you so. Also, das finde ich ein so erfrischend ehrliches Statement über Prädikanlogik erster Stufe. Und, äh, ja, das ist schon alt. Also, ich denke, das könnte so aus dem Jahr 2000 stammen, dieses Statement. Und die meisten anderen Entwickler von Beweisern sind schon ein bisschen naiv und schreiben so Statements drauf, wie da die Kollegen vom Otter, äh, dass man da tolle Sätze in der Mathematik beweisen kann. Und, ich meine, das ist nicht gelogen. Das ist wahr. Die haben in den Gebieten Sätze bewiesen. Aber, hier, da steht die Wahrheit. Very occasionally it will find a proof, ja. Ähm, und auch dieses which will then run forever, using up all of your machine's resources. Und das stimmt tatsächlich. Wir müssen uns, also, durch dieses Statement kriegt man auch ein Gefühl dafür, was so ein Resolutionsbeweiser tut, wenn, wenn der ein schwieriges Theorem hat, ja. Also, ein schwieriges Theorem, wo, das heißt, wo die Wissensbasis nicht ganz trivial klein ist und wo halt auch der Beweis nicht ganz trivial zu finden ist, der Resolutionsbeweiser, was macht denn der? Der kriegt eine Klauselmenge, W, B und Nicht-Q als Input und dann macht er Resolutionsschritte. Und mit jedem Resolutionsschritt, den der macht, vergrößert sich ja die Klauselmenge, ja. Das heißt, das ist ein gigantischer Suchraum, erstens. Und zweitens, füllt der nämlich seinen Speicher auf wie verrückt. Ist ja klar, die Klauselmenge wird immer größer und immer größer mit jedem Resolutionsschritt. Und, ähm, ich meine so ein Beweiser, der kann im Größenordnung 100.000 Resolutionsschritte pro Sekunde machen. Das heißt, der Speicher, der wird ziemlich schnell, ziemlich voll, ja. Und wenn dann einmal der Hauptspeicher bis an den Rand voll ist und der Rechner dann am Swappen ist, wie blöd, dann versteht man das mit Using Up All of Your Machines Resources. Okay, gut. Dann, also das waren jetzt, was ich vorgestellt hatte, drei Beweiser von, ja, wie soll ich sagen, drei vollautomatische Beweiser. Also wie der geschrieben hat, wir stecken rein, Wissensbasis und Anfrage, und dann lassen wir das Ding gerade losrennen. Und das ist natürlich klasse. Ja, das heißt, wir müssen nicht viel tun. Also, was heißt nicht viel? Wir müssen das Problem sauber formalisieren. Und da müssen wir aufpassen, ja. Auf was müssen wir denn da aufpassen? Wir müssen auf diverse Dinge auffassen. Genau, das ist immer ganz wichtig, ja. Weil wenn wir da einen Widerspruch einbauen, dann kann alles andere korrekt sein, aber unser Beweis hat keine Aussagekraft. Genau, und, und dann dürfen wir natürlich keine Fehler rein formalisieren. Sie werden programmieren auch, ja. Aber dieses Modellieren von praktischen Problemen in der Logik, das ist eine nicht-riviale Aufgabe. Das werden Sie noch merken, wenn Sie da entsprechende Übungsaufgaben mit PL1 lösen. Ja, genau. Gut, ja. Und dann gibt es noch eine ganz andere Klasse von halbautomatischen Beweisern. Das sind Beweiser, wo man eben nicht einfach alles oben reinsteckt und dann läuft das Ganze durch, sondern wo man dann quasi an der Beweissuche als menschlicher Entwickler noch beteiligt ist. Ja, und das sind also hier diese Isabel-Beweiser von Nipkow und Co. Das ist eine Kooperation. Der Nipkow ist auch in München an der TU oder war sie jedenfalls damals. Und seine Kollegen sind in Cambridge. Und der Isabel ist ein interaktiver Beweiser. Wo man, da schreibt man auch die Formeln direkt in PL1 hin. Also man muss sie nicht nach Klausel-Normalform transformieren. Man hat also etwas höhere, komfortablere Eingabemöglichkeit. Aber der sucht eben nicht den Beweis vollautomatisch. Und das heißt, man muss sich in diesen Beweissuche-Mechanismus ganz schön rein vertiefen. Und das ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Okay, aber die sind in der Lage, schwierigere Theoreme zu beweisen mit dem Beweiser. Weil da quasi die menschliche Intelligenz ein Stück weit noch mithilft. So, okay, gut. Genug der Vorrede. Jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Jetzt nehmen wir ein einfaches Problem aus der Mathematik und werden das beweisen mit dem E-Profer. Den E-Profer, den gibt es auch hier auf dem Uranus. Und Sie sollen den ja dann auch für die Übungen verwenden. Okay, und zwar werden wir beweisen, das was hier in grün steht, in einer Halbgruppe sind links- und rechtsneutrales Element gleich. So, also, was ist denn eine Halbgruppe? Das steht hier in der Definition. Das ist eine Struktur m, also eine Menge zusammen mit einer inneren Verknüpfung, die wir hier jetzt als Multiplikation darstellen. Ja, und so eine Struktur, die heißt Halbgruppe, wenn zusätzlich noch das Assoziativgesetz gilt. Das heißt, wenn die Reihenfolge von Klammern keine Rolle spielt. So. Und wir nennen ein Element linksneutral, wenn diese Formel gilt für alle x, also ein Element E ist ein linksneutrales, wenn E mal x gleich x gilt für alle x. Also wenn ich von links mit dem neutralen Element modifizieren kann, das verändert nichts. Und analog rechtsneutral, wenn gilt x mal E gleich x. Okay, so. Und jetzt haben wir, und ganz wichtig, in einer Halbgruppe haben wir keine Kommutativität. Das heißt, wir können nicht E mal x gleich x mal E schreiben. So. Aber genau, ja, also sowas wollen wir eigentlich zeigen. Nämlich, dass wenn ich E mal x schreibe, dann ist das gleich x mal E. Das wollen wir zeigen, obwohl wir keine Kommutativität haben. So, hier steht der Satz. Besitzt eine Halbgruppe ein linksneutrales Element oder ein rechtsneutrales E R, dann gilt E L gleich E R. So. Ähm, ja. Und wir führen den Beweis jetzt erst einmal intuitiv. Das machen wir vielleicht auch gerade mal an der Tafel. Ach, wir haben ja keine weiße Kreide mehr, müssen wir uns mal besorgen. Sollen wir hier jetzt ein Licht einmachen, oder? Ja. Das hintere, oder? Ach, jetzt haben wir das vordere an. Ja, also, wir haben E L mal x gleich x und außerdem haben wir x mal E R gleich x. Ja? Das ist die Eigenschaft des linksneutralen Elements und das ist die Eigenschaft des rechtsneutralen Elements. So. Und wir haben hier zwei Gleichungen stehen. Gleichungen, wie wir damit umgehen, das wissen wir schon. Da gibt es ja die Axiome, die Gleichheitsaxiome. Ähm, so. Und der Beweis, der ist jetzt relativ einfach. Wir folgern jetzt erst einmal aus dieser oberen Gleichung über die Symmetrie der Gleichung. Dann muss ja auch gelten, x gleich E L mal x. Ja? So. Ja, und jetzt nehmen wir die Gleichung und die Gleichung zusammen und dann schreiben wir einfach hin, x mal E L ist gleich x. So, und dieses x ist offenbar gleich E L mal x. Ähm, ach so, halt, sind wir jetzt fertig? Ja, das ist ja schön, was wir da jetzt gezeigt haben. Aber, sorry. Ah, wir müssen es doch ein bisschen anders machen. Ja, wir nehmen, äh, wir nehmen, äh, wir nehmen die Gleichung her. Und ersetzen in, also das gilt ja für alle x. Die Gleichung gilt für alle x. Und wenn das für alle x gilt, dann gilt es ja auch für E L. Ja? Dann können wir also schreiben E L mal, äh, sorry, E L, ähm, ist gleich E L mal X. Ah, sorry, E L, so, E L mal E L, so. Also in der Gleichung haben wir jetzt x durch E L ersetzt und jetzt gehen wir her und ersetzen in der Gleichung x durch E L. Dann steht da E L mal E R, na? Also E L mal E R. Okay, also machen wir das vielleicht hier. Kriegen wir E L mal E R ist gleich E L. Okay? Also E L mal E R gleich E L. Also können wir hier hinschreiben gleich E L. Und fertig sind wir. So, was haben wir denn jetzt angewendet hier? Da oben haben wir angewendet die Symmetrie der Gleichheit. Dann haben wir angewendet, dass wir in dieser Gleichung x durch E L ersetzen dürfen. Und dann haben wir das hier hingeschrieben. Das war ja hier x durch E L ersetzen. Also haben wir die erste Gleichung gehabt und dann haben wir diese zweite Gleichung angewendet. Ach so, und, äh, ja, eigentlich sind wir ja noch gar nicht fertig, weil jetzt können wir schreiben E L gleich E R. Hier steht es ja noch nicht da. Hier stehen zwei Gleichungen. Warum können wir von hier nach da schließen? Warum dürfen wir das? Einfach, dass die letzten beiden Teile vor dem letzten, vor dem und nach dem letzten gleich ein Punkt drehen, dann hat man da gleich R gleich E L stehen. Nein. Die Symmetrie hilft uns da nicht. Ich meine, wir können das hier drehen, so oft wir wollen. Wir kriegen nie E L gleich R. Wenn man E R durch E R macht, dann hat man auf der linken Seite dann 1. Was? E R durch E R. Genau, ja, sagen wir mal das Ganze. Wir teilen diese Gleichung durch E R. Erstens nützt es nicht und zweitens, erzählen wir mal, warum wir das dürfen. Was ist denn das durch? Durch. Durch. Also, E R durch. E R durch. Durch, ja, das Wort kenne ich aus der deutschen Sprache. Aber dividiert, was ist denn das? Das müssen Sie mir erklären. Hier gibt es kein dividiert. In einer Halbgruppe gibt es kein dividiert. Vergessen Sie es. Also, da brauchen wir dann schon eine Gruppe. Dann können wir über die Vision reden. Aber hier nicht. Wir wissen ja, dass E L linksneutral ist. Und deswegen wissen wir, dass E L mal E R ist ja E R. Ja, ja, das steht ja hier. Schön. Ich habe gefragt, warum wir von hier nach da dürfen. Das heißt, warum können wir dieses mittlere Teil weglassen? Das war meine Frage. Welche uns wohl bekannte Regel haben wir da jetzt angewendet? Na ja, die Transitivität natürlich. Wir haben die Gleichung und die Gleichung und dann können wir die hinschalten. Also, gut. Zusammenfassend, was brauchen wir? Wir brauchen offenbar die Symmetrie der Gleichheit, hier oben. Wir brauchen die Transitivität der Gleichheit. Und wir brauchen das Wissen, dass wir Variablen durch Konstanten ersetzen dürfen. Und dieses Variablen durch Konstanten ersetzen, wir werden das gleich mit Resolution machen, ja, da wird das über die Unifikation quasi vollautomatisch ablaufen. Okay, so. Also jetzt haben wir intuitiv unseren Beweis geführt. Alles klar soweit? Dann machen wir das Ganze jetzt formal mit Resolution und zwar immer noch von Hand. Also, Resolutionsbeweis manuell. Wir schreiben erst einmal unsere Axiome hin. Also unsere Wissensbasis und die negierte Anfrage. So, die Anfrage heißt, ja hier steht es, El gleich El. Die schreiben wir negiert hin. Klausel Nummer 1. Nicht El gleich El. So, und jetzt gibt es ja hier in unserer Welt offenbar ein zweistelliges Funktionssymbol, Multiplikation. Das nennen wir jetzt M. Und außerdem wissen wir, dass das Assoziativgesetz gilt für die Multiplikation. Ja, und das schreibt man jetzt hin. Und das sieht jetzt so aus. M von M von x,y,z, also das ist quasi die innere Klammer. x,y,y,z, und das Ergebnis mit z multipliziert ist das gleiche, wie wenn ich zuerst y mit z multipliziere und dann x mit dem Ergebnis. Also, Assoziativität, das ist Axiom Nummer 2. So, dann haben wir hier die Linksneutralität, also El mal x gleich x und hier rechtsneutral x mal Er gleich x. Das ist eigentlich unser ganzes Wissen. Da steckt drin das Axiom über die Halbgruppe, nämlich hier die Assoziativität, unsere Anfrage und die Definition von links- und rechtsneutralem Element. Okay, jetzt, hier haben wir ja schon gesehen, wir brauchen da Gleichheit für den Beweis. Also schreibt man die Gleichheitsaxiome noch hin. Reflexivität, Symmetrie, Transitivität und die, genau, die Substitution für das Funktionssymbol M. Und zwar in beiden Argumenten, ja. Also, wenn x, also hier steht, wenn x gleich y ist, dann muss m von x,z gleich m von y,z sein, ja. Also, vielleicht schreibe ich das nochmal ein bisschen intuitiver an die Tafel hin. Wenn x gleich y ist, dann muss auch gelten, und zwar x mal z ist gleich y mal z. Das ist das Substitutionsargument, Axiom für das erste Argument in der Multiplikation, ja. Wir hatten das aufgeschrieben gehabt für Funktionen, ja. Also, wir hatten aufgeschrieben x gleich y und daraus folgt f von x gleich f von y, ja. So. Das gilt jetzt für ein einstelliges Funktionssymbol. Und wenn ich ein mehrstelliges Funktionssymbol habe, dann muss das in jedem Argument von der Funktion gelten. Hier haben wir die Multiplikation mit zwei Argumenten, und das ist jetzt eben im ersten Argument. Okay, und für das zweite Argument sieht das natürlich analog aus. Wenn ich x gleich y habe, dann muss z mal x gleich z mal y sein. Gut. So, damit haben wir jetzt alles hingeschrieben. Unsere gesamte Wissensbasis steht da, inklusive Gleichheitsaxiom. So. Und jetzt führen wir einen Resolutionsbeweis. Und wir hätten jetzt ein echtes Problem, wenn wir uns keine Gedanken machen würden. Schauen Sie mal, wir könnten jetzt natürlich hergehen und sagen, haja, jetzt brauchen wir uns nichts mehr überlegen. Jetzt gehen wir streng formal nach Resolution vor. Da haben wir all unser Wissen, unsere Formel stehen, in konjunktiver Normalform. Und jetzt versuchen wir einfach Resolutionsschritte zu machen. Haja, wo könnten wir denn da jetzt Resolutionsschritte durchführen? Kann doch mal jemand einen Vorschlag machen. Kann doch mal jemand einen Vorschlag machen. Wo überall könnten wir einen Resolutionsschritte durchführen. Und ich meine, da können wir uns jetzt wirklich streng formal hinstellen. Da müssen wir von der Mathe überhaupt nichts verstehen, um die es hier geht. Sondern wir spielen Resolutionsbeweise und der ist ja beliebig dumm. Er hat keine Ahnung, um was es da geht. Jetzt hat er die Resolutionsregel, wie geht die? Wie geht die? Wo ist denn das Problem? Ich hätte gern gewusst, wie die Resolutionsregel funktioniert. Ich brauche ein negatives Element, damit ich das aus der anderen Klausel entkommen kann. Genau. Also, ich brauche zwei Klauseln erst einmal. Und dann brauche ich ein paar von komplementären Literalen in den beiden Klauseln. Das eine negativ, das andere positiv. Also, wo haben wir jetzt Klauselpaare mit komplementären Literalen? Und klar, wir machen natürlich nicht mehr Aussagenlogik, sondern Prädikatenlogik. Was kommt da noch dazu? Genau, so ist es. Diese Paare von Literalen, die müssen nicht identisch aussehen jetzt hier. Sondern, was müssen die sein? Die müssen nicht gleich sein, aber die muss man gleich machen können. Und zwar wie? Wie heißt denn unser Fachausdruck hier? Genau. Die müssen unifizierbar sein, die Literale. So, wo haben wir jetzt Literale, die unifizierbar sind? Also, Sie müssen da ein bisschen mehr üben jetzt. Jetzt wird es Zeit, die Resolution in PL1 zu üben. Hier gibt es. Ich weiß nicht, was ich mit dem Grund machen. Also, die Frage hätte ich jetzt am allerwenigsten erwartet. Ich meine, das ist doch Aussagenlogik, das Oder. Wir haben Klauseln. Ja, aber mit dem Ersetzen. Also, ich habe zwar nicht X drin, aber wie kann ich das auf drei oder vier unifizieren? Was heißt, ich habe nicht X drin? Also, hier zum Beispiel jetzt die Klausel, da haben wir ein Oder drin. Ja. Und? Wo ist das Problem? Ich habe das zum Beispiel auf drei. Also, ich muss ja die sechste irgendwie so unifizieren, damit ich auf drei komme. Sechs, ah, hier, da ja abgucken, das gilt natürlich nicht. Also, sechs mit drei, da geht offenbar ein Resolutionsschritt. Naja, ist doch klar. Ich meine, das drei, das ist eine Unit-Klausel. Die hat ein Literal drin und sechs hat zwei Literale. Also, tun wir zum Beispiel das Literal mit dem Unifizieren. Und das ist doch, es ist doch nichts leichter als das. Ich meine, da steht links eine Variable und rechts eine Variable vom Gleichheitszeichen. X ersetze ich durch das und Y durch das. Und fertig. Und genauso kann ich diese Klausel 6, da kann ich genauso ein Literal, einen Resolutionsschritt machen mit der Klausel 4. Geht genauso gut. Mit der Klausel 2 geht genauso. Hier steht auch bloß eine Gleichung. Dann ersetze ich halt X durch diesen ganzen Term und Y durch diesen Term. So, kein Problem. Und mit der ersten auch. Also, wir sehen, Klausel 6, da können wir eine Resolution machen mit allen Vieren da oben. Ach so, halt, sorry, da steht, hier steht nicht, aber doch, das geht auch. Hier steht positiv, also können wir, geht genauso. Also, Klausel 6 können wir resolvieren mit 1 bis 4. Und übrigens, Klausel 7 auch. Und bei Klausel 7 haben wir gleich noch zwei Möglichkeiten. Wir können das Literal mit allen Dreien unifizieren und das auch mit allen Dreien. So, und das hier können wir damit unifizieren. Also, wir sehen, für Klausel, erzählen wir mal, für diese Klausel 6 haben wir drei, vier Möglichkeiten mit der oben Resolutionsschritte. Für die Klausel 7 haben wir drei Möglichkeiten, plus drei macht sechs, plus eine macht sieben Möglichkeiten. Also, wir haben im ersten Schritt hier mal vier Möglichkeiten, da haben wir sieben Möglichkeiten, sind elf. Dann hier haben wir eine Möglichkeit, damit sind zwölf. Und da haben wir wieder, da haben wir hier drei Möglichkeiten und da haben wir keine Möglichkeit. Oder? Oder? Ah, doch. Wie ist denn das? Ja, doch, hier mit den beiden. Also, dann haben wir da wieder Größenordnung, ich glaube, zwei Möglichkeiten. Und da drei macht fünf, sind wir schon bei 16. Und da gleich viel nochmal. Ähm, sind 21. So, und was wir noch gar nicht betrachtet haben, ist, was wir unter denen hier machen können. Ja, aber da können wir natürlich die untereinander wieder resolvieren. Also, im ersten Schritt haben wir einen Verzweigungsfaktor, der ziemlich groß ist. Also, der wahrscheinlich so im Bereich 30 bis 50 liegen wird. Und das ist nur der erste Schritt. Das heißt, unser Suchbaum, der verzweigt sich hier schon ziemlich stark. Und die Zahl der Verzweigungen wird im zweiten Schritt natürlich noch größer. Und das ist unser Problem. Ja, ich meine, ich habe hier einen Resolutionsbeweis vorgegeben, aber wir haben ein Suchraumproblem. Wir haben ein echtes Suchraumproblem. Und das bei diesem super trivialen, extrem einfachen Beispielchen. Okay, so. Aber wir schauen, wir schielen nochmal auf unseren Beweis, den wir vorhin geführt haben. Was haben wir denn hier? Hier haben wir zuerst die Symmetrie angewendet. Auf EL mal X gleich X. Wo haben wir denn stehen? EL mal X gleich X. Das haben wir hier stehen. Nummer 3. Die Symmetrie ist Klausel Nummer 6. Ja, also. Dann machen wir doch hier mal einen Resolutionsschritt zwischen den beiden. Zwischen 3 und 6. Und zwar, ist klar, wir unifizieren die beiden miteinander. Also Resolution 3, 6. Und jetzt hier diese Notation. Das ist praktisch die Termersetzung, die wir machen bei der Unifikation. Wir ersetzen die Variable X in Klausel 6 durch M von EL, X3. X in Klausel 3. Wir müssen ja aufpassen. Hier steht zweimal X, aber das sind unterschiedliche X. Und deswegen tun wir die umbenennen. Das eine nennen wir X6 und das andere X3. Also damit machen wir jetzt die linke Seite hier gleich der linken Seite. So, und Y6 ersetzen wir durch X3. So, und damit haben wir dieses erste Literal unifiziert. Wir können den Resolutionsschritt durchführen. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dieses Y, also das Literal bleibt übrig. Das Y wird dann zu X3. Und das X wird dazu. So, und das ist das, was stehen bleibt. So, und wir kriegen X gleich M von EL, X. Also wir kriegen X gleich EL mal X. Das hier. Genau das haben wir jetzt hergeleitet mit einem Resolutionsschritt. So. Ja, gut. Dann, das haben wir gemacht. Und als nächstes haben wir dann hier die Transitivität angewendet. Und genau, das machen wir jetzt auch. Also, das heißt, die Transitivität ist ja die Formel, die sagt, wenn ich zwei Gleichungen habe, kann ich daraus eine dritte machen. Also wenn ich die Gleichung habe und die, dann kann ich daraus die dritte machen. Die Gleichung, ja, da nehmen wir jetzt die mal her. X gleich EL mal X. Ja, genau. Und für die zweite Gleichung nehmen wir die her. Die beiden Gleichungen nehmen wir jetzt. Also, X gleich EL mal X, das haben wir. Ja, ja, und ER mal, äh, und X mal ER gleich X, das steht da oben schon, ja. Also wir haben, äh, diese, äh, Klausel 4 und die Klausel 10. Die werden jetzt wichtig sein. Und, äh, auf die müssen wir die Transitivität, nämlich Nummer 7, anwenden. Ja. Und zwar, wir nehmen erst einmal die hier mit der Multiplikation auf der rechten Seite und wenden die Transitivität an. und machen einen Resolutionsschritt mit dem ersten Literal hier mit dem, ja. So. Wenn wir das tun, wir unifizieren das X mit dem X und das M mit dem Y. Hier X7, X10, Y7 gleich M von EL, X10. Wenn wir das tun, dann resolvieren wir das Literal weg und das bleibt stehen mit dem zusammen. Und das haben wir dann hier, ja. So. Ähm, jetzt bleibt das hier noch stehen. Und, äh, das passt jetzt wunderbar auf unsere Klausel 4, ja. Jetzt unifizieren wir 4 mit 11 und machen einen Resolutionsschritt. Der passiert hier. Ähm, und jetzt wichtig, in dem Resolutionsschritt ersetzen wir jetzt unsere noch verbliebenen Variablen, dann, also X4 durch EL, hier, das X4 durch EL, das haben wir da oben auch schon gemacht, ja. Hier, das ist dieses X. Da haben wir gesagt, wir ersetzen X durch EL, dann kriegen wir EL mal ER gleich EL, ja. Und wenn wir hier X durch EL ersetzen, haben wir auch EL mal ER gleich EL, ja. Das machen wir, das machen wir, und X11 ersetzen wir durch ER und dann kriegen wir am Ende, also quasi hier, wir resolvieren ja dieses Literal weg, dadurch, und dann bleibt hier stehen X gleich Z und das ist ER mal ER gleich EL. So, ja, und jetzt sind wir fast fertig. Jetzt, äh, machen wir da natürlich noch einen Resolutionsschritt mit der negierten Anfrage und haben die Lehrer Klausel und sind fertig. Gut. Ja, jetzt haben wir von Hand einen Resolutionsbeweis durchgeführt. Ich meine, zum einen ist das natürlich relativ technisch mit der Unifikation, äh, das muss man einfach stur durchführen, aber die eigentliche Schwierigkeit ist das Sucharmproblem, ja. Weil ich habe, weil ich eine Idee hatte, wie der Beweis geht, genau gewusst, was ich in jedem Schritt für Resolutionsschritte machen soll, ja. Ein automatischer Beweiser, der hat natürlich die Idee nicht, aber dafür hat er Geschwindigkeit. Dafür kann der 100.000 Personen pro Sekunde ausprobieren und schafft es tatsächlich auch sehr schnell, bei dem Beispiel, ja. Ähm, ich meine, warum schafft denn der das schnell? Weil, naja, weil das ein sehr kurzer Beweis ist, ja. Mit vier Resolutionsschritten ist das Ganze passiert, ja. Ähm, was haben wir gesagt? Ein, ein Verzweigungsfaktor von Größenordnung 30. Und wenn wir jetzt quasi uns vorstellen, so ein Suchbaum, der Tiefe 4, mit einem Verzweigungsfaktor 30, dann hat der Baum schon 30 hoch 4, ähm, Knoten, die der im Worstkreis durchprobieren muss. So, 30 hoch 4, 30 hoch 2 macht 900, also, ja, das geht an eine Million, äh, Inferenzschritte, die der probieren muss. Und das ist noch nicht weiter schlimm, wenn er 100.000 pro Sekunde schafft, dann hat er das in 10 Sekunden, ja. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir einen nicht ganz so trivialen Beweis hätten, ja. Der jetzt nicht 4, äh, Resolutionsschritte braucht, sondern 100. Dann haben wir halt einen Baum der Tiefe 100, mit einem Verzweigungsfaktor von 30, und da geht gar nichts mehr. Okay. Gut. Ja, und jetzt schauen wir uns an, wie der E-Profer das machen würde. Ich habe jetzt, äh, leider hier auf meinem Laptop den E-Profer nicht laufen, aber wir sehen auf der Folie genau das, was der tun würde, ja. Ja, also, das ist ein Kommando-Zeilen-Tool, und wir sehen die Eingabe und die Ausgabe, also, wir müssen den nicht selber starten, Sie werden das ja auch selber noch ausprobieren. Okay, also, wir benutzen den E-Profer, so, und jetzt müssen wir uns natürlich kurz ein bisschen Gedanken machen über die Eingabe-Syntax, weil wir in ASCII halt keine Uns und Oders und so weiter haben. Ähm, ja. Ja, ähm, hier ist ganz kurz quasi eine Syntax-Beschreibung von der, von dieser sogenannten, äh, Sprache LOB. LOB steht für Logic Programming, irgendwas. Ähm, und zwar Klausel-Normalform. Ja, also, wenn wir jetzt hier eine Klausel-Normalform haben, mit negierten Literalen, äh, A1 bis AM und positiven B1 bis BN, dann sieht die Syntax in LOB so aus, ja. Nämlich, hier kommt erst die Liste der positiven Literale, getrennt durch Strichpunkte, dann kommt dieser Rückwärtspfeil und dann die Liste der negativen Literale mit Kommata getrennt und am Ende der Zeile macht man noch einen Punkt hin. Ich meine, Sie können das einfach, äh, einfach so verwenden, ja. Man fragt sich natürlich, was das für eine komische Syntax, ähm, das ist an Prolog angelehnt, ja. Das ist ganz klar an Prolog angelehnt, ähm, wobei LOB eben eine Erweiterung von Prolog ist. Im Prolog, da werden wir nur Horn-Klauseln verwenden können. Was sind Horn-Klauseln? Was ist da die Einschränkung? Das hier ist keine Horn-Klausel. Warum nicht? Ja, weil da mehrere positive Literale drin sind. In einer Horn-Klausel darf höchstens ein positives Literal drinstehen. Das wäre hier auf der rechten Seite, würde hier nur B1 stehen und die anderen nicht, ja. Ähm, und jetzt kann man das Ganze wieder interpretieren. Also, wenn wir, wenn wir zum Beispiel haben, A1, ähm, genau. Na, was sagen wir, schreiben wir mal nicht A1 oder nicht A2, ähm, oder B. Das ist jetzt eine Horn-Klausel, ja. Ja, so. Und die Horn-Klausel, die schreiben wir jetzt, indem wir das nicht da rausziehen, dann können wir schreiben, ähm, A1 und A2 Pfeil B. Das ist äquivalent dazu, ja. Das ist jetzt die Implikationsschreibweise. Also, ich habe zwei Vorbedingungen, wenn die gelten, dann gilt B. Das ist ja auch intuitiv ganz leicht zu verstehen. Die Vorbedingungen, die sind durch und verknüpft. Okay? Und die Nachbedingung, die steht einfach auf der rechten Seite von dem Pfeil. Und jetzt die Prolog-Syntax. Ich sage Ihnen jetzt kurz, was Prolog-Syntax ist. In Prolog würde ich das so hinschreiben. B, Und jetzt bei Prolog heißt es Doppelpunkt Minus A1, A2 Punkt. So. Das ist die Prolog-Syntax. Also in Prolog wird dieser Pfeil quasi symbolisch dargestellt durch Doppelpunkt Minus. Und die Bedingungen hier, die schreibt man rechts hin durch Komma getrennt. Und am Ende ein Punkt. So. Und jetzt vergleichen wir das hier mit unserer Lop-Syntax. Das ist genau das gleiche, wenn wir hier rechts schauen. A1 bis AM durch Komma getrennt und ein Punkt. Und jetzt steht hier nicht das Doppelpunkt Minus, sondern der Pfeil Minus. Also kleiner Minus. Und auf der linken Seite, bei Prolog, darf hier nur ein Literal stehen. Jetzt in Lop dürfen hier, weil wir beliebige Klauseln erlauben, dürfen hier viele Literale stehen. So. Und jetzt die vielen Literale, die hier stehen, schauen wir nochmal hier. Wenn wir das jetzt erweitern, dann würde hier ja noch stehen oder B2. Okay. Und wenn ich hier dieses, also wenn ich das in die Implikationsform umwandle, da auf der rechten Seite bleibt alles stehen. Das heißt, hier bleiben Oders. Da klappt das Oder um und wird zum Und. Das Und ist das Komma. Das hier ist aber ein Oder und deswegen verwenden wir da einen Strichpunkt, um quasi zwischen Und und Oder zu unterscheiden. Okay. Gut. Ja, also das ist eine ganz simple Übersetzung von unserer Klauselnormalform in diese Lop-Syntax. Tatsächlich ist Lop-Syntax nichts anderes als Klauselnormalform. Okay. So. Jetzt tun wir das Wissen, dass wir im Prinzip gehen wir her und schreiben einfach diese neuen Axiome so wie sie sind ab. Jetzt haben wir leider dieses Ist-Gleich erst einmal nicht. Das heißt, wir tun das ganz naiv formalisieren. Sprich, wir verwenden für die Gleichheit ein Prädikat GL. Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Okay. Das ist die Query. Und zwar, wie war das nochmal? Ja. Die negierten Literale, die stehen hier vor dem Pfeil. Das heißt hier quasi rechts vom Pfeil. Also da haben wir einen Pfeil. Wir haben ja nicht EL gleich ER. Das ist die Anfrage. So. Also das ist ein negiertes Literal. Das ist unsere Anfrage. Und dann kommen die ganzen Axiome. Die Assoziativität. Ich meine, da tun wir das Ist-Gleich hier dazwischen vorne als GL hinschreiben. Dann das linksneutrale Element, rechtsneutrales Element, Reflexivität der Gleichheit, Symmetrie, Transitivität und die beiden Substitutionsaxiome. Also wirklich ganz straight forward hingeschrieben. Okay. Und jetzt, also und das schreiben wir genau so in die Datei rein. Das ist dann unsere Eingabedatei mit der Extension.lop. Und darauf wenden wir jetzt den E-Proof an. Und zwar mit dem Befehl E-Proof Halbgr1.lop. Wenn das der Dateiname war. So. Und dann ist das die Ausgabe, die der Beweiser liefert. Und zwar, wenn wir uns das jetzt anschauen, hier quasi durchgezählt, die Zahl der Beweisschritte. Und ja gut, die ersten Beweisschritte, die sind eigentlich trivial. Weil, was der da tut ist, er schreibt erst einmal die Klauseln einfach nochmal hin, die er verwendet hat für den Beweis. Und zwar, da steht immer hinten dran, Initial. Initial. Also bis hierher, das sind die Klauseln aus der Eingabemenge, die er verwenden wird. Also, ein bisschen eine andere Syntax. Und das Minus, Minus heißt, ich habe ein negiertes Literal. Das war ja die Query. Und dann haben wir hier die Symmetrie der Gleichheit. Gl x1, x2 positiv und negativ x2, x1. Dann haben wir hier das linksneutrale, da das rechtsneutrale Element. Und da haben wir die Transitivität der Gleichheit. Das sind die Klauseln, die er brauchen wird nachher. Und die sind jetzt durchnummeriert von 0 bis 4. Und gut, und jetzt ist es so, das PM hier, das steht für Resolution. Das liegt daran, dass der tatsächlich Paramodulation macht, weil es ein Gleichheitsbeweiser ist. Aber es entspricht einem Resolutionsschritt. Und zwar mit 3 und 1. Also 3 und 1. Ja gut, da ist es offensichtlich. Wir machen Resolutionsschritte zwischen diesen beiden Literalen. und wir kriegen dann sowas wieder. Wir kriegen so ein positives GL von irgendwas. So, dann was machen wir hier? Resolution mit 2 und 4. 2 und 4. Ah ja, da verwenden wir die Transitivität. Und kriegen dann sowas. und dann machen wir Resolution mit 5 und 6. Mit diesen beiden abgeleiteten. Das heißt, hier ein Resolutionsschritt und wir kriegen GL von EL, ER. Na ja, ist klar. Dann haben wir hier natürlich wieder zwei komplementäre Unit-Klauseln und wir haben die leere Klausel abgeleitet. Warum man jetzt den Schritt braucht, fragen Sie mich nicht. Gut, im Prinzip geht es darum zu erkennen, dass hier die leere Klausel steht. Gut, fertig. Also, der Beweis ist eigentlich ganz ähnlich zu dem Beweis, den wir vorhin gemacht haben. Manuell. So, jetzt können wir uns aber und zwar, weil der E-Profer ein Gleichheitsbeweiser ist, können wir ein bisschen eleganter Direktgleichungen hinschreiben. Das ist der eine Vorteil und vor allem ganz wichtig ist, ab hier ab hier nach unten das sind nur Gleichheitsaxiome und das ist ja blöd, dass ich diese blöden Gleichheitsaxiome immer hinschreiben muss und tatsächlich kennt der E-Profer die Gleichheitsaxiome schon, erstens und zweitens hat er eine ganz gute Gleichheitsbehandlung eingebaut, nämlich Paramodulation und das reduziert uns auch den Suchraum nochmal und sorry, weiter noch und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Dann ist die Eingabe wesentlich schlanker, keine Gleichheitsaxiome müssen wir mehr hinschreiben, sondern wir schreiben hin die Anfrage, Assoziativität und die zwei Definitionen für links und rechts ist neutral. Das ist alles und wenn wir jetzt den Beweis aufrufen, ist er auch nicht weiter erstaunlich, dann ist der Beweis ein bisschen kürzer. Genau. Gut, ja, also da will ich jetzt hier auf die Details nicht mehr eingehen, das kann man auch relativ leicht noch verstehen. Ja, gut. So, also jetzt haben wir ein Beispiel gesehen und da gibt es natürlich auch viele andere einfache Beispiele, gerade so aus den Bereichen Gruppentheorie und auch andere mathematische Theorien, wo das Ganze gut funktioniert. Schwieriger ist, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen, sobald die Theoreme richtig aufwendig und komplex werden. Da wird halt der Sucharm groß und da haben wir dann Rechenzeitprobleme. Gut, ein paar Beispiele für Anwendungen. Ein ganz spektakuläres Beispiel war 1976 der Beweis des Vierfarben-Theorems. Ja. Sagt das jemand was, das Vierfarben-Theorem? Und zwar, das ist ein Theorem aus der Grafentheorie. Und zwar besagt es, wenn ich eine zweidimensionale Landkarte habe, dann, und ich habe vier verschiedene Farben oben, also Landkarte von Europakarte zum Beispiel, ja, und da trage ich die verschiedenen Länder ein in der Landkarte, dann genügen vier Farben, um die Karte so zu zeichnen, dass keine zwei benachbarten Länder die gleiche Farbe haben. Also jede zweidimensionale Landkarte lässt sich mit vier Farben so zeichnen, dass keine zwei benachbarten Länder gleiche Farbe haben. Okay, ist klar, kann ja jeder mal daheim ausprobieren, ob das geht oder nicht. Hört sich eigentlich ganz simpel an, ja. Aber der Beweis von diesem Satz war alles andere als trivial. Die Herren, die den zum ersten Mal bewiesen haben, das waren deutsche Kybernetiker, ach, wie hieß denn der? Na, das liegt mir auf der Zunge. Na, fällt mir nicht ein. Der Beweis, den die gefunden hatten, geht quasi so, man überlegt sich, was für Konstellationen, lokale Konstellationen von Ländern kann es denn geben und deren Nachbarschaft. Und für die probiert man es praktisch für alle aus. Man probiert es und es hat sich da gezeigt, dass es da ganz viele unterschiedliche Konstellationen geben kann und man hätte da extrem viele Fälle durchprobieren müssen und das war vielleicht, wenn man tausende Leute gehabt hätte und das verteilt hätte und gesagt, du beweist das und du das und so, dann wäre es vielleicht auch noch gegangen, aber die haben es halt einen Rechner machen lassen. Vielleicht schauen wir uns doch noch mal ein bisschen grafischer das Vierfarbenteorem an. Also, jetzt malen wir uns mal eine Landkarte. Und dann geht es hier vielleicht noch ein Land und da noch eins und so weiter. Und jetzt nummerieren wir die mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und so eine Landkarte, die wird jetzt durch einen Grafen quasi formal dargestellt. Also, da haben wir den Knoten eins, den Knoten zwei, den Knoten drei, vier und fünf. Und jetzt malen wir da eine Kante rein, wann immer zwei Knoten benachbart sind. Also, eins und zwei sind benachbart. Eins und drei, zwei und drei, zwei und vier, machen wir mal so. Vier und drei, vier und eins, zwei und fünf, vier und fünf. Oder? Haben wir jetzt alles? Zwei hat eins, drei, vier und fünf. Eins, drei, vier und fünf, genau. Drei hat eins und vier. Und zwei, genau. Vier hat auch wieder vier Nachbarn. Eins, zwei, drei, vier, ja, genau. Und fünf hat nur zwei Nachbarn. So, und jetzt, genau, und jetzt überlegen wir uns mal, wir haben ja hier vier Farben. Ich meine, für den ersten Knoten, da kann man irgendeine Farbe nehmen. Orange. Und für den zweiten können wir auch noch irgendeine andere Farbe nehmen. So. Und jetzt, na gut, da können wir auch noch irgendeine Farbe nehmen. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt haben wir drei Farben. Oh nein, beim vierten können wir auch noch. Also, bei drei müssen wir jetzt aufpassen, ja gut, das geht mit blau. So. Also, für die Landkarte hat es funktioniert. Das ist natürlich kein allgemeiner Beweis. Jetzt haben wir eine spezielle Landkarte, für die es funktioniert hat. Gut. Ja, Sie können sich ja mal daheim Gedanken machen, wie das jetzt für beliebige Grafen gehen würde, der Beweis. So, und das war natürlich spektakulär, 1976. Zu dem Zeitpunkt gab es noch, ich weiß nicht, ob es da schon automatische, richtig automatische, allgemeine, universelle Beweise gab. Es gab so Spezialbeweise. Das gab es definitiv. Nicht nur den. Aber wie gesagt, eine Maschine gebaut nur zum Beweis von dem Satz ist natürlich nicht so toll. Das, was wir hier haben mit dem E-Profer und so, ist ein Universalbeweiser. Mit dem können wir im Prinzip jede wahre Formel aus PL1 beweisen. Okay, weitere Anwendungen. Ganz wichtig war, Inferenz in Expertensystemen. Also, wir schreiben einfach unser Wissen hin und irgendwelche Anfragen und versuchen, die zu beweisen. Heute weniger. Ich meine, ich habe es schon mal erwähnt. Semantikweb ist heute natürlich ein cooles Thema. Wenn wir jetzt im Internet irgendwas suchen und Anfragen stellen, dann soll das nicht nur per Volltextsuche passieren, so wie das heutige Suchmaschinen machen, sondern wir formulieren eine Anfrage in Logik. Alle unsere Webseiten sind per Logik beschrieben und jetzt ist die Frage, folgt diese Anfrage aus irgendwelchen Webseiten. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Es ist klar, da wird volle Prädikalenlogik erster Stufe auch nicht funktionieren, weil die Suchräume viel zu groß sind. Aber da gibt es eben Arbeitsgruppen, die sich damit befassen, wie können wir die Prädikalenlogik einschränken, was für Sprachen müssen wir dann verwenden und so weiter, sodass das effizient und schnell gehen kann. Automatische Programmverifikation, natürlich ein ganz wichtiges Thema. Also es geht ja darum zu beweisen, dass ein Programm das tut, was es soll. Also dass das semantisch korrekt ist, das Programm. Das heißt, ich schreibe die Aufgabe in Logik hin, schreibe dann ein Programm und jetzt hätte ich gerne einen Beweiser, der tatsächlich so einen Beweis führt und sagt, okay, dieses Programm erfüllt alle Anforderungen aus der Spezifikation. Im Prinzip, das, was ein Softwareentwickler tun sollte, schreibt sich am Anfang ein Pflichtenheft auf. Was soll denn das Programm tun? Programmiert es. Und am Ende überprüft er, tut das Programm das, was es soll. Ich meine, schön wäre es natürlich, wenn wir in der Softwareentwicklung so einen harten Beweis führen könnten. Was machen wir denn in der Softwareentwicklung? Wir haben auch unsere Spezifikation, unsere Implementierung. Und was machen wir dann hinterher? Tests. Tests, genau. Wir machen einzelne Tests. Und das natürlich, da liegen Welten zwischen dem, was wir hier tun könnten, nämlich Beweise führen und den Tests. Weil beim Test, da kann ich immer nur endlich viele Input-Patterns in mein Programm reinstopfen und schauen, ob es richtige rauskommt. Aber von dieser potenziell unendlichen Menge aller Inputs zu beweisen, dass das richtige Ergebnis rauskommt, das ist natürlich was völlig anderes. Und das ist das Thema automatische Programmverifikation. Ja, an der Stelle ist die gute Nachricht, es gibt heute PL1-Beweiser, die sowas beweisen können. Ein Pflichtenheft kann man auch in Logik hinschreiben. Ja, also für viele Fälle, sagen wir mal. Ja, und dann ist ja klasse. Wir schreiben unser Pflichtenheft in Logik hin, wir schreiben unser Programm hin und dann brauchen wir natürlich einen entsprechenden Kalkül, der auch über Programme Reasoning treiben kann. Das geht alles. Das Hauptproblem ist natürlich ein Suchraumproblem. So. Also das Gute ist, im Prinzip können wir es tun und die schlechten Nachrichten sind erstens, wir haben ein gewaltiges Suchraumproblem für größere Programme. Für ganz kleine Programmchen geht das. Und jetzt kommt die richtig schlechte Nachricht. Und das werden wir tatsächlich auch noch beweisen, jetzt im Rest vom Semester, wenn wir dann über formale Sprachen reden und über Komplexität. Wir werden beweisen, dass die Aufgabe der Programmverifikation nicht entscheidbar ist. Das ist ein Problem. Das heißt, also die Frage, ist ein Programm korrekt, also tut es immer das, was es soll. Diese Frage, die lässt sich nicht allgemein beantworten. Und das wiederum heißt, es kann kein Programm geben, das diese Frage universell beantwortet. So. Also im Allgemeinen kann es gar nicht gehen, aber für einzelne spezielle Probleme kann es doch gehen. Und zwar so. Wo das angewendet wird, Sicherheitseigenschaften von kryptografischen Protokollen. Ja. Ganz wichtig. Also, ich meine, es ist klar, da geht es um Sicherheit, da geht es um viel Geld, wenn man jetzt irgendwelche Banktransaktionen sich vorstellt und so weiter. Und da tut man tatsächlich mit solchen Spezialbeweisern heute so quasi den Kern von kryptografischen Algorithmen automatisch verifizieren. Also, das heißt, dieser Kern, der dann vielleicht in C programmiert ist, der wird tatsächlich verifiziert. Und immerhin, das heißt, an der Stelle hat man dann die Sicherheit. Dieser Code ist in Ordnung. Aber natürlich ist dieser Krypto-Algorithmus, der vielleicht sich kurz in 20 Zeilen hinschreiben lässt, eingebettet in eine große Software. Und von dieser großen Software können wir natürlich die Korrektheit nicht mehr beweisen. Und wenn da jetzt natürlich irgendwelche Bugs drin sind. Okay, eine weitere Anwendung ist Software-Wiederverwendung. Das wäre natürlich auch schön. Ich meine, das kennt jeder, der programmiert. Man will irgendwas programmieren und denkt sich, ah ja, da bräuchte ich jetzt ein Unterprogramm für die und die Aufgabe. Ja, wo kriege ich das her? Gibt es das schon in irgendeiner Library? Und dann holt man sich eine Bibliothek und schaut in das Manual rein oder in die Datenbank und durchsucht quasi händisch die Beschreibungen. Gibt es da ein Modul, das das tut, was ich will? Und das ist natürlich sehr anstrengend. Und das wäre natürlich auch wieder so eine Aufgabe par excellence, um so einen Beweiser anzuwenden. Und wenn ich da jetzt Module habe, die sich relativ simpel mit ein paar wenigen logischen Formeln beschreiben lassen, dann wäre das vielleicht sogar denkbar, dass der Beweiser, ich habe eine Anfrage und das schreibe ich auch in Logik hin, was soll mein Programm tun? Und jetzt wird diese Anfrage immer verglichen mit den Beschreibungen der tausenden Module in meiner Software-Bibliothek. So, und so ein Beispiel schauen wir uns jetzt mal schnell an. Also das ist ein Beispiel von einem Kollegen, der bei mittlerweile bei NASA Ames im Silicon Valley arbeitet. und zwar unter anderem auch an so Software-Wiederverwendungsaufgaben. Und der hat da ein Paper geschrieben, in dem er gezeigt hat, dass das geht mit einem automatischen Theorembeweiser. Und wie das geht. So, also erst einmal wir haben eine Anfrage. Das heißt, wir suchen ein Software-Modul und für dieses Software-Modul geben wir an Vorbedingungen und Nachbedingungen. Also das Q steht für Query. Also das ist quasi das Modul, das wir suchen. Und dann Pre-Q, das sind die Vorbedingungen, die vor der Anwendung des gesuchten Programms gelten müssen. Post-Q sind die Nachbedingungen, die nach der Anwendung des gesuchten Programms gelten müssen. Also dieses Pre-Q, was weiß ich, ich suche jetzt einen Sortier-Algorithmus, um Listen von reellen Zahlen zu sortieren. Gut. Dann wäre das Pre-Q, der Input muss eine Liste von reellen Zahlen sein. Also mein gesuchtes Programm muss in der Lage sein, Listen von Floating Points zu akzeptieren. Das wäre die Vorbedingung und sonst keine weitere Bedingung. Die Nachbedingung, ja wie würde die lauten? Es muss eine sortierte Liste sein. Genau, so ist es. Der Output muss wieder eine Liste sein und die muss aber sortiert sein. So. Das schreibe ich so hin und die Aufgabe besteht nun darin, dass in einer Software-Datenbank nach Modulen gesucht, wird die diese Anforderungen erfüllen. So. Also in unserer Software-Datenbank steht jetzt für jedes Modul M auch so eine Spezifikation drin. Pre-M, also die Vorbedingungen für das Modul und die Nachbedingungen. So. Und jetzt müssen quasi zum Beweisen, dass irgendein Modul meine Spezifikation, meine Anforderungen, also dieses Q hier erfüllt, müssen zwei Formeln gelten. Die erste heißt Pre-Q, Pfeil, Pre-M. Also alle quasi, wie ist das? Ja. meine Spezifikation muss alle Anforderungen des Moduls erfüllen. Beispiel. Wenn meine Spezifikation jetzt lautet, sortiere Listen von reellen Zahlen. und ich finde ein Modul, das jetzt universell sortieren kann, also das kann natürliche Zahlen, Floating Points, vielleicht sogar noch irgendwelche Strings sortieren, dann muss offenbar gelten, aus der Anforderung reelle Zahlen sortieren, wie ist das? muss folgen, muss die, genau. Na, wie ist das? Warum gilt jetzt Pre-Q, Pfeil, Pre-M. Ja, genau. Also unsere Vorbedingung der Anfrage war ja, es muss eine Liste von reellen Zahlen sein. Die Vorbedingung von dem Modul war vielleicht viel allgemeiner, irgendeine Liste akzeptiere ich. Und es gilt natürlich, wenn das eine Liste mit reellen Zahlen ist, dann ist es irgendeine Liste. Die Richtung gilt, die andere nicht. Beliebige Liste ist nicht eine von reellen Zahlen. Also, da sieht man, das ist quasi das, was für die Vorbedingungen gelten muss. Bei den Nachbedingungen, da haben wir es gerade umgekehrt. Post M fail post Q. Also, ähm, unsere Nachbedingung war ja, muss sortiert sein. alles andere interessiert mich nicht. Wenn ich jetzt ein Modul finde, zum Beispiel habe ich in meiner Spezifikation nichts gesagt drüber, was soll denn passieren, wenn ich zwei Listen-Elemente habe, die gleich sind. Wie soll dann die Reihenfolge sein? Die kann man ja dann vielleicht durch irgendwelche anderen Kriterien auflösen. Das war mir egal und das könnte ja bei meinem Modul noch drinstehen. Ja, wenn die Listen-Elemente gleich sind, dann verwende ich irgendein Verfahren zum Auflösen. Aber daraus folgt natürlich immer, dass das Ding sortiert ist. So. Okay, damit haben wir eigentlich den Formalismus. Wir müssen diese beiden Formeln hinschreiben. und beweisen, dass die gelten. Also wir müssen beweisen, dass das hier gilt und dass die andere Formel gilt. Und das werden wir jetzt tun. Das stammt jetzt eben aus diesem Paper von Schumann und Fischer. So, und zwar haben die verwendet VDMLSL. Das ist eine spezielle Spezifikationssprache und zwar Vienna Development Method Specification Language. Da ich kein Softwareentwickler bin, sagt mir das jetzt nicht allzu viel. Sagt Ihnen das was aus dem Software Engineering? Nicht? Okay. Also, das ist eine Spezifikationssprache für Software. Und fangen wir mal hier unten an. Wir suchen ein Programm, das aus einer beliebigen Liste eine Permutation erzeugt. Das praktisch die Reihenfolge meiner Listen-Elemente verändert. Schaffel. Beliebige Permutation erzeugt. Ohne weitere Anforderungen. Irgendeine Permutation. So. Also. Schaffel. Der Input muss eine Liste sein und der Output ist auch wieder eine Liste. Das ist schon mal eine erste Bedingung. So. Und an Vorbedingungen haben wir sonst nichts weiter. Deswegen schreiben wir True rein. Keine weiteren Bedingungen. Und als Nachbedingungen Ja, was müssen wir denn in der Nachbedingung hinschreiben? Naja, in der Nachbedingung müssen wir eigentlich hinschreiben, es soll wieder eine Liste rauskommen, aber das reicht mir noch nicht aus. Was muss da stehen? Dass mindestens ein Objekt oder ein Element verschoben wurde. Ja, da bin ich mir jetzt gar nicht, das kommt jetzt darauf an. Vielleicht, weil die Identität ist ja auch eine Permutation. Also vielleicht wollen wir das zusätzlich noch mit hinschreiben, aber viel elementarere Forderungen. Elemente in beiden nicht drin sein müssen. Was heißt in beiden also alle Elemente aus der Input Liste müssen im Output auch wieder drin sein. Und zwar keine Duplikate. Also in der Output Liste müssen genau die drin sein aus dem Input. Das ist das Wichtigste. Und dann können wir vielleicht noch hinschreiben, okay, aber mindestens ein Element muss einen Platz gewechselt haben oder mindestens sieben Elemente oder keine Erinnerung. So und das steht jetzt hier. Für alle I vom Typ also Sie sehen das ist jetzt nicht mehr PL1 das ist eben diese VDML Sprache das ist ein bisschen andere Syntax als PL1 Hier haben wir ein Alquantor für alle I vom Typ Item und der Typ Item da reden wir gleich noch drüber also klar Item ist letztlich Listen Elemente Dann dieser Malpunkt der heißt einfach der Quantor gilt für den Rest Dann muss gelten also so eine Äquivalenz Hier haben wir erst einmal die eine Seite von der Äquivalenz Es gibt ein X1 und X2 vom Typ Liste also wir haben zwei Listen X1 und X2 und jetzt wieder dieser Quantor gilt für den Rest so das gilt X gleich X1 und dieses Dach Symbol ist jetzt die Konkatenation also wir haben eine erste Liste dann und jetzt hier mit eckigen Klammern das ist eine Liste wir haben eine erste Liste da dran gehängt wird die Liste mit dem Element i und da dran gehängt wird noch eine Liste 2 so und jetzt dieses X hier das ist unsere Input Liste also hier steht quasi wenn in unserer Input Liste irgendwo das Element i vorkommt i ist ein Item also ein Listen Element irgendwo also der vorne Liste dann kommt das i und danach irgendeine Liste dann muss dieses Element i auch in der Output Liste x Strich an irgendeiner Stelle vorkommen und das steht hier also wir haben zwei andere Listen y1 y2 aber das i kommt auch in der Output Liste vor also jedes Element das in der Input Liste vorkommt muss auch in der Output Liste vorkommen das reicht natürlich nicht aus deswegen brauchen wir die andere Richtung auch jedes Element i das in der Output Liste vorkommt muss auch in der Input Liste sein und das ist nichts anderes als eine logische Beschreibung der Permutation Eigenschaft hier steht nichts anderes als die Output Liste ist eine Permutation der Input Liste so gut jetzt müssen wir natürlich noch folgendes dazu sagen dieses List hier und das Item hier da muss natürlich der Beweiser jetzt verstehen was List heißt was dieser Datentyp List heißt und ich meine das ist hier jetzt nicht aufgeführt aber tatsächlich haben Listen eine ganze Menge Eigenschaften die haben Eigenschaften und dann gibt es Operationen auf Listen zum Beispiel gibt es eine Konkatenation und das muss natürlich alles in Logik beschrieben sein was passiert wenn ich zwei Listen aneinander hänge und das ist auch alles in Logik beschrieben und das ist tatsächlich eine Input Datei die ist länglich also ich glaube da stehen irgendwie zwischen 500 und 1000 Regeln drin was man alles so mit Listen machen darf und welche Eigenschaften die haben und so weiter das ist hier jetzt alles versteckt quasi in diesem Prädikat Liste und genauso Item heißt quasi das ist ein Element einer Liste Ok also wie gesagt das ist nicht die ganze Spezifikation sondern dahinter steckt noch quasi die Wissensbasis über Listen und natürlich über andere Datenstrukturen und Operationen und so weiter Gut und jetzt in unserer Datenbank gibt es ein Modul mit dem Namen Rotate und Rotate das ist jetzt ein Modul das einen zyklischen Shift einer Liste erzeugt und ich meine für uns ist natürlich sofort klar das wäre jetzt ein Modul was diese Spezifikation erfüllt ich meine das Rotate macht eine spezielle eine spezielle Permutation wir Frieden weil uns war egal welche wir gesucht haben welche wir finden gut schauen wir Rotate nochmal an also Input ist eine Liste Output ist eine Liste die heißen L und L Strich keine Vorbedingung also akzeptiert beliebige Listen so und die Nachbedingung wenn L die leere Liste war dann ist L Strich auch wieder die leere Liste ist klar also ein Shift auf der leeren Liste tut nichts und wenn das jetzt nicht die leere Liste war das L dann sieht L Strich so aus dann besteht L Strich aus also TL ist die Teilfunktion die liefert mir quasi den Rest der Liste bis auf das erste Element und den Head also sprich das erste Element der Liste hängen wir hinten dran also wir machen praktisch einen zyklischen Shift indem wir das erste Element der Liste also wenn die Liste jetzt so aussieht was ist das erste Element naja nennen wir das mal X und jetzt kommt oder X1 X2 bis XN so und dann macht er unser Rotate nichts anderes als nimmt das X1 raus und setzt hinten dran so ok das ist jetzt quasi wenn man so will so was wie eine rekursive Beschreibung von einem zyklischen Shift ja gut was müssen wir jetzt tun jetzt brauchen wir einen Beweiser wir müssen diese zwei Formeln hinschreiben nämlich PreQ Pfeil PreM und PostM Pfeil PostQ so und das ist tatsächlich hier passiert also PreQ Pfeil PreM und PostM Pfeil PostQ das ist quasi unser zu beweisender Satz das müssen wir beweisen also das ist unsere Anfrage Q und die Wissensbasis besteht das ist das was ich schon gesagt habe aus diesen ganzen Beschreibungen aller Datenstrukturen in Logik so ok also wir nehmen unser PreQ Pfeil PreM gehen wir gerade nochmal zurück PreQ Pfeil PreM ja gut ich meine das ist irgendwie trivial PreQ Pfeil PreM da gibt es nichts zu zeigen True Pfeil True also PostM Feil PostQ PostM ist das hier und PostQ ist das so ah ja also das PostM das haben wir hier genau also schauen wir erst einmal das an das ist PostM und das hier ist PostQ einfach abgeschrieben und jetzt das PreQ Pfeil PreM das ist das da oben ah ja ok genau wir sehen was wir jetzt noch machen müssen ja ähm und zwar das hier haben wir unser PreQ und da haben wir das PreM da steht zwar hier jeweils True aber wir müssen natürlich das X und das L noch matchen ja wir müssen natürlich sagen das muss die gleiche Liste sein und das passiert hier also für alle L L Strich X und X Strich vom Typ Liste L gleich X und L Strich gleich X Strich ja und dann gut ich meine das ist trivial war Pfeil war ja 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 und tatsächlich könnte man diesen Teil vor dem Hund also das hier weglassen die Alquantoren hier äh die brauchen wir da unten natürlich äh schon ja gut ok und wie gesagt das muss man jetzt in den Beweis reinwerfen zusammen mit der Wissensbasis und hoffen dass der irgendwann nach endlicher Zeit terminiert und sagt Hurra Beweis gefunden und das war natürlich schon eine Leistung von den Autoren von dem Paper das Ganze so hinzutunen und hinzutricksen dass der Beweiser ähm da tatsächlich den Beweis findet ok gut gibt es da noch Fragen dazu ja natürlich klar absolut gut immerhin ein Item ist nichts anderes als ein Listen-Element ja ja ok so ja an der Stelle machen wir jetzt Schluss und dann machen wir eine Pause das ist das ist was so ich ja sagen Vielen Dank.